Ich bin Alexandra Flückiger und arbeite als Verkaufsberaterin im Handwerkerladen der Rudolf-Geyser AG. Meine Lehre als Detailhandelsfachfrau durfte ich auch schon hier machen. Nach ein paar Jahren ausserhalb der Firma gehöre ich seit 2016 auch wieder zur Geyser-Familie. Zu meinen Hauptaufgaben gehören die Kundenberatung im Handwerkerladen, die Auftragserfassung und die Abwicklung, das Aufholen und das Dekorieren des Showrooms und auch die Betreuung der Lernenden. Ich schätze an meinem Beruf den täglichen Kontakt mit den Kunden, die abwechslungsreiche Arbeit, sei es im Team oder auch selbstständig. Speziell am Herzen liegt mir aber die Arbeit mit unseren Lernenden. Da es noch nicht so lange her ist, dass ich meine Lehre abgeschlossen habe, kann ich mich sehr gut in die Lage von unseren Lernenden versetzen. und sie so bei ihrer Ausbildung optimal umstützen. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit meinen Kollegen, gehe regelmässig ins Fitness und seit etwa vier Jahren mache ich Yoga. Im Yoga schätze ich, dass ich mich dabei sehr gut entspannen kann und dass ich die Übungen drinnen, in den Stuben oder bei schönem Wetter auch mal draussen auf meiner Terrasse machen kann. Rudolf-Geyser AG schätze sehr die fairen Arbeitsbedingungen, dass die Ideen besprochen werden und dass man dabei alles mit Sprachenrecht hat. Ich freue mich darauf, euch in unserem Handwerkerladen zu begrüssen und zu beraten.